Hallo zusammen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Gleich zu Beginn. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Clickbait. Sieht man auch nachweislich an Thumbnails und an Beschreibungen und so weiter und so fort. Ich fand es aber sehr authentisch, um mein Gefühl wiederzugeben, als ich diesen verkürzten Satz hier gelesen hatte oder gehört habe im Interview, das Adam Aaron beim Technology Summit für Variety gegeben hatte vor wenigen Tagen. Denn er sagt hier mehr oder weniger, sobald der Aktienkurs 5,66 Dollar erreicht, werden ca. 400 Millionen Dollar an Schulden direkt automatisch in Eigenkapital, also mehr oder weniger in Aktien umgewandelt, was natürlich zu einer Erhöhung der Outstanding Shares, zu einer Verwässerung, die Luschen führen würde. Und das hat mich dann doch etwas aus den Socken gehauen, denn ich habe mich ja mit dem Thema beschäftigt und die Filings geben das Ganze nicht her. Wir versuchen das Ganze also ein bisschen zu ergründen. Ganz zu Beginn erhaltet ihr an dem Video-Ausschnitt, in dem über dieses konkrete Thema gesprochen wird. Das ganze Interview geht so um die 20, 23 Minuten. Dieser Ausschnitt ist vier Minuten lang, was mir wichtig war, weil ich auch weiß, dass manche nicht so gern Englisch hören oder lesen. Ich habe das Video mit Untertiteln unterlegt und ich denke, die sind auch gut lesbar, weil ich es auch nochmal manuell bearbeitet habe. Es ist nicht perfekt, aber ich denke, es ist ein Ding, was man sich antun kann. Wer das nicht möchte, Video geht sogar vier Minuten und dann kann man den Part einfach überspringen, falls man es schon gesehen hat oder genau weiß, was da gesprochen wird. Das nur zur Info, ansonsten natürlich auch gerne die Timestamps hier im Video nutzen. Ansonsten war natürlich das Interview nicht nur aus diesem Bestandteil bestehend, sondern auch aus ein paar anderen Dingen. Wir schauen nochmal auf so ein paar Konstellationen der Aktienübersicht, wie viele Aktien es gibt, geben könnte, geben wird und stellen uns eben die Frage, woher kommen diese 5,66 Dollar. Wir gehen auch so ein paar Gedanken durch, warum die Kreditgeber umwandeln könnten, warum AMC beziehungsweise Movico umwandeln könnte und natürlich gehen wir auch auf andere Kernpunkte aus diesem Interview ein. Da dreht sich das Ganze, mehr oder weniger zumindest für mich, um die Investitionen, die getätigt wurden und was natürlich auch noch sehr wichtig ist, welche noch getätigt werden. Und damit verlieren wir keine Zeit und legen los. Ich bin ein Relieved human, weil wir, as I told my own board of directors, early, at the end of 2023, that we needed to refinance our debt, because our debt was coming due in the middle of 2026, which sounds like it's far away from 2023, but it's right around the corner. And in July, we were able to announce that we'd worked agreements with 150 different lending institutions, that we were going to refinance all of our, not all, but most of our long-term debt, and push the maturities out from 2026 to 2029 and 2030, which is five years from now. I mean, no public company, we're a big public company on the New York Stock Exchange. When public companies renegotiate their debt, nobody is able to push it out more than three or four or five years. Like, that's normal. And we got a normal recapitalization done. It was complicated, but we got it done, and it's an enormous accomplishment for our company because it means we have a couple hundred million dollars of debt that's due in 2025 and 2026, but the billions of our long-term debt, it's five years from now. It's like 20 lifetimes from now. And it's normal. I mean, no one's ever going to refinance your debt out two decades, but one of the most important things that we did in this refinancing is not only did we push our debt, we pushed out $2.5 billion of debt maturities out of $3 billion from 26 to 29 and 30, but we also embedded in those new debt instruments a convertible debt instrument. Like, this is inside baseball. I apologize. But it was, like, really important for my company because it means that Variety can't write articles like we're dead anymore. So one of the key things, we did a $400 million convertible debt instrument, which if our stock hits $5.66 a share, and we're within a buck of that right now, $400 million of our debt automatically converts to equity, which lowers our interest expense and lowers our debt ratio by close by half a billion dollars. So that was one. The first big accomplishment was stretching out the maturity. The second biggest was getting a convertible debt part of it. But the third, and maybe the most important, is that we negotiated hard with our lenders that in 2026, which is only two years from now, originally when the debt was due, that if the circumstances are right, we could refinance all this debt yet again, pushing it out further than 2030. And the reason that's so important is in 2024, we're still bearing the slings and arrows of the strikes and COVID. By 2026, the box office is going to be like this. Our EBITDA is going to be like this. We will be at much better credit risk in 2026 than we are in 2024, which means that the interest rates that we will get are going to be several hundred basis points lower. Plus, as you saw, the Fed cut interest rates to half a point. We did see that. And that's the first of several. I think interest rates will probably come down, well, let's call it between one and two and a half points in total from where they were three weeks ago. So, the combined effect of lowered interest rates generally and us being a much better credit risk, when we go to refinance our debt in 2026 again, we'll do so at much cheaper rates. So, what close friend of mine... Ja, und ab diesem Part im Video war für mich natürlich auch dieser What-the-fuck-Moment gegeben und ich bin fast aus allen Wolken gefallen, denn ich habe mich ja wirklich eingehend mit den Filings, mit den Anhängen und so weiter beschäftigt. Und ich sehe eben keine Hinweise darauf, dass das in irgendeiner Form darin enthalten wäre. Warum die 5,66 Dollar nicht, in Anführungsstrichen, unwichtig sind oder warum sie Erwähnung finden, geben wir nachher kurz noch darauf ein. Aber ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie er zu dieser Aussage kommt. Daher habe ich auch Investor Relations von AMC nochmal angeschrieben, um Klarheit gebeten oder um einen direkten Verweis in die Filings, an welcher Stelle diese Mechanik erklärt wird. Und sollte es da interessante Infos geben, werde ich mich natürlich dahingehend auch noch melden. Ich hoffe, ich formuliere diesen Absatz jetzt richtig. Es ist natürlich vermessen zu sagen, dass Adam Aaron hier falsch liegt, denn natürlich ist er deutlich, deutlich tief in der Materie drin und er hat den ganzen Prozess begleitet, höchstwahrscheinlich auch, wer bin ich, um dagegen zu sprechen. Nur ich bin eben ein Mensch, wie ihr wisst, der auf Fakten basierend seine Annahmen und Aussagen trifft und ich sehe eben diese Nachweise nicht. Darum, ich bin gespannt, ob sich das zeitnah erklärt. Ich finde die Reaktionen im Netz, die man so liest, übertrieben. Und ja, wie soll man sagen, es ist mehr oder weniger, hat man jetzt was, worauf man sich stützen kann, weshalb der Kurs natürlich unterhalb von 5,66 Dollar, unterhalb von 5,50 Dollar oder 5 Dollar, da sind sich die Leute hier nicht ganz einig, weshalb er darunter gehalten wird und warum man nicht hochlaufen lassen würde. Zudem wird spekuliert, was passiert, wenn diese Umwandlung stattfinden sollte, die etwas über 400 Millionen Dollar an Schulden weg wären. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich auch so konstatieren. Aber vielleicht liegen die ja auch alle richtig mit ihrer Einschätzung und ich falsch. Ich weiß es nicht, ich warte es ab. Hier wird dann noch erwähnt, dass in den letzten drei Monaten der Aktienkurs schon dreimal 5,66 berührt, erreicht hätte, wie auch immer, und danach stark gefallen wäre. Ja, was in den letzten drei Monaten war, ist mir mal Latte. Wir schauen uns hier an, hier an diesem Punkt ungefähr war der, was heißt ungefähr, an diesem Punkt war der 22. Juli und da sehen wir dann eben auch, dass die 5,66 Euro erreicht wurden. Das war eben also genau der Tag, an dem das Filing auch veröffentlicht wurde oder geschrieben wurde. Dann ist natürlich die Frage, warum wurde es hier nicht umgewandelt, wenn eine Automatik dahinter stecken sollte. Ja, und ansonsten wissen wir natürlich, wir müssen weiterhin abwarten, wie es da weitergehen sollte, ob wir und wann wir, ich denke, ob ist nicht die Frage, sondern wann wir eben wieder in diese Region kommen. Und dann bin ich gespannt, was bei 5,66 Euro passiert oder eben auch nicht. Wir kommen nochmal auf die gewohnte Aktienübersicht. Das hier war der letzte Stand, den ihr von mir erhalten hattet. Damals dann auch der Vollständigkeit halber eben diese Zinszahlung per Aktien hier aufgeführt, die Pick-Variante und das Maximum der Exchangeable Nodes mit 92 Millionen. Damals gab ich auch schon den Hinweis, dass es wohl eher 80 bis 85 Millionen sein sollten im Maximum. Doch mittlerweile haben wir keine Updates erhalten. Daher sollte dieser Wert eigentlich realistischer sein. Wir hätten damit im Vergleich natürlich deutlich mehr Aktien, die noch ausgegeben werden könnten, nämlich 116 Millionen circa. Hier übrigens kleine Rundungsfehler. Hier müssten eigentlich 74 Millionen Aktien stehen. Entschuldigung dafür, denn es sind 73,9 Millionen oder so. Wie dem auch sei, wir schauen uns an, sollte wirklich tatsächlich jetzt oder irgendwann der Gesamtbetrag umgewandelt werden. Sieht das Ganze also so aus, nochmal etwas vereinfacht dargestellt. Dann hätten wir Outstanding Shares von circa 443,444 Millionen Aktien und circa 116, 115 Millionen, die noch nicht ausgegeben wären. Ohne Umwandlung, logischerweise, blieb es erstmal so, wie es bisher ist, bei 361 Millionen Outstanding Shares und somit hätte AMC dann doch ein ausreichendes Polster, sofern nichts mehr anderes dazwischen kommt, von 189 Millionen Aktien, wie gesagt, im Falle dessen, dass nicht umgewandelt werden sollte oder nie umgewandelt werden sollte. Ein kleiner Hinweis vielleicht noch, diese Exchangeable Nodes müssen auch nicht komplett umgewandelt werden, also es können auch immer Teilbeträge, nur dass der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. Zumindest, wenn Adam Aaron nichts anderes sagt, denn aus den Filings geht das nicht hervor, da kann jeder Kreditgeber einen Teil seiner Aktien umwandeln lassen oder eben auch nicht. Doch die 5,66 Dollar, vielleicht habt ihr die auch schon mal in der Vergangenheit gehört, denn die sind nicht unrelevant, das definitiv nicht. Aus dem Filings geht hervor, dass es ein rein rechnerischer Wert ist, der den Exchange Price wiedergibt und ja mehr oder weniger, man kann es wahrscheinlich Nennwert nennen, er dient eben einfach zur Berechnung, dass man für 1.000 Dollar einen Gegenwert von 176 Aktien erhält, 176,6379 Aktien und das Ganze ergibt dann eben diesen Kurs von 5,66 Dollar. Dann nochmal vielleicht auf die Frage einzugehen, when Conversion, also wann findet denn die statt, unter welchen Umständen oder wann kann die durchgeführt werden? Die Kreditgeber dürfen das Ganze jederzeit. Also da ist aus meiner Sicht, es gibt andere Ansichten, auch von sehr klugen Menschen, da ist kein Aktienkurs oder ähnliches Voraussetzung dafür, also die könnten jetzt sofort umwandeln, die können auch bei 5,66 umwandeln, die können bei 7,92 umwandeln, die können bei 20 Dollar umwandeln, da gibt es aus meiner Sicht keine Einschränkungen, es kann jederzeit, sofern die Kreditgeber eben wollen. Zudem haben wir natürlich noch die Möglichkeit, dass auch Movico, Movico, AMC umwandeln kann, kann, nicht muss. Das wird manchmal, glaube ich, auch falsch verstanden. Da gibt es aber dann Voraussetzungen, dass der VWAP-Kurs, also der Volumendurchschnittskurs für die Aktie für einschließlich 15 Tage über 7,92 Dollar liegen muss, um diese Umwandlung durchzuführen. Das ist dann dieser Soft-Call, nennt sich das Ganze. Und diese 7,92 sind 140% von den 5,66 Dollar. Das ist auch alles in den Filings enthalten und abgedeckt. Den nächsten Punkt hätte ich wahrscheinlich auch Why Conversion nennen können. Da habe ich mir einfach so ein paar Gedanken gemacht, warum denn beispielsweise hier die Kreditgeber zur Entscheidung kommen könnten, dass sie umwandeln wollen in Aktien oder in Cash. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn der Aktienkurs von AMC steigt und die Kreditgeber damit einfach eben diesen Unterschied haben, quasi zwischen Einstandskurs und dem dann anliegenden Verkaufskurs. Denn dieser Einstandskurs ist auch nicht 5,66 Dollar, sondern liegt noch etwas darunter. Und diesen Unterschied hätten die dann mehr oder weniger als Gewinn. Und in der Zwischenzeit bekommen sie eben die Zinsen. Und wenn die irgendwann sagen, okay, wir möchten unser Risiko minimieren oder eben auch eher diversifizieren, dann könnten die natürlich ja eine Umwandlung anstreben. Ebenso wäre das aus meiner Sicht der Fall, sollte Muvico ein hohes Insolvenzrisiko aufweisen. Wobei das relativ unwahrscheinlich ist. Wie im letzten Video aufgezeigt, ist Muvico relativ gut ausgestattet mit Assets, geistigem Eigentum, Bargelbestand etc. Also von daher theoretisch soll jetzt keine Ketzerei sein. Theoretisch würde eher AMC vermutlich Konkurs gehen als Muvico. Das ist aber nur eine sehr laienhafte Einschätzung von mir. Zumindest sieht das vorläufige Balance Sheet, das man von Muvico oder das theoretische Balance Sheet von Muvico sieht besser aus als das von AMC. Darum, wie gesagt, halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Ansonsten können die Kreditgeber natürlich auch sagen, die Zinssätze, die sie dafür bekommen, sind nicht mehr gewinnträchtig, nicht mehr attraktiv genug. Es sieht aufgrund der Zinsentwicklung, die man so absehen kann, wenn man das Ganze kann, eher nicht so aus. Also die bekommen 6% auf diese Exchangeable Nodes und das ist nicht der schlechteste Wert und dieser Secured Overnight Financing Rate, die auch zur Berechnung von Schulden bei AMC dient, die liegt beispielsweise derzeit bei 4,83%. Das ist, glaube ich, der letzte Wert, den ich da gesehen habe. Also von daher, die bekommen schon, die haben ihre Sicherheiten, die dagegen stehen und sie bekommen einen höheren Zins als am Markt und von daher halte ich auch das für relativ unwahrscheinlich. Also wird es eher dieser Punkt 1 sein, der aus meiner persönlichen Sicht in Frage kommen könnte. Wie wir jetzt wissen, kann aber auch Mubico umwandeln und dazu hier auch ein paar Gründe. Natürlich muss entweder genügend Cash vorhanden sein, damit diese Umwandlung in Geld abgewickelt werden kann. Es muss ja nicht in Aktien getauscht werden, sondern es kann auch in einen Geldbetrag getauscht werden, der dem Aktienkurs entspricht. Das heißt, Mubico oder AMC muss genügend Cash auf der Seite haben. Oder es muss dem Unternehmen wert sein, diese Delusion durchzuführen, die Aktionäre nochmal zu verwässern. wenn der Gegenwert entsprechend ist und diese Abwägung eben doch für eine Umwandlung der Schulden spricht. Was da reinspielen könnte, ist dann beispielsweise auch die Zinsersparnis. Das sind aber lediglich 25 Millionen Dollar pro Jahr, die diese Exchangeable Notes oder dieser Schuldenbetrag, die 414 Millionen Dollar, von denen wir wissen, ausmachen. Es kann immer das Zünglein an der Waage sein, diese 25 Millionen Dollar. Aber AMC hat beispielsweise noch die Odeon Schulden und das sind um die 51 Millionen Dollar pro Jahr, die da an Zinsen anfallen. Der Betrag ist relativ ähnlich. Bei den Odeon Schulden sind es 400 Millionen Dollar, die da anstehen. Von daher wäre es aus dieser Hinsicht besser, erst die Odeon Schulden zurückzuzahlen und eben nicht diese Exchangeable Notes abzulösen. Natürlich könnte man auch sagen, aber auch da wieder Verweis auf andere Schulden, wenn man einfach die Schuldenlast senken will, denn es gibt diese Debt Ratio, das heißt, wenn man einfach seine Schulden insgesamt senken will. Zudem gibt es mit diesen Credit Agreements auch die Covenants, die wir auch schon mal besprochen hatten oder schon öfters besprochen hatten, die dann einfach AMC so einschränken könnten, dass gewisse Schritte nicht mehr ausgeführt werden können. Das kann natürlich auch gute Ratings verhindern, aber auch gewinnträchtige Chancen oder gute Gelegenheiten, die man dann nicht nutzen kann, weil eben einfach diese Credit Agreements, die Covenants darin, die Aktion, die dann durchgeführt werden soll, verhindern würde. Aber auch die anderen Schulden haben derlei Credit Agreements und entsprechende Einschränkungen dann für AMC. Von daher, auch wenn man die setzt, für die Exchangeable Notes auflöst, ändert sich aus meiner Sicht aus grundsätzlich nicht wirklich viel. Zudem kann man natürlich auch sagen, AMC oder Movie Co. kann ja natürlich auch sagen, das hat Adam Aaron im Interview auch erwähnt, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren kann das ganze Zinsumfeld anders sein und auch das Rating von AMC oder Movie Co. Und dadurch würde man eventuell einen besseren Zinssatz als die 6% erreichen, was bei guten Geschäftszahlen und eben, wie gesagt, sinkenden Zinsumfeld auch wahrscheinlich wäre. Das wäre so ein weiterer Punkt, weshalb das seitens des Unternehmens angegangen werden könnte. Doch, natürlich gab es noch andere Themen in dem Interview und denen wollen wir natürlich uns auch noch widmen, wenn vielleicht auch in einer etwas allgemeineren Form, aber das wollen wir nicht auslassen. Es gab andere Themen, da wurde weit teilweise in die Vergangenheit geblickt, bis in die 19 oder 30er Jahre und ja, das Kino wurde oftmals totgesagt durch Radio, Fernsehen, Videorekorder, DVDs und Streaming natürlich, aber die Kinobranche hat weiterhin überlebt. Manche natürlich nicht. Die müssten da leider dann auch den Markt verlassen, für AMC vielleicht auch zum Glück. Aber prinzipiell ist die Kinobranche eben immer noch im Leben und nach wie vor stark. Auch der Streik und Covid war dann wieder Thema. Was so interessant daran war, zumindest auch für mich, war ein Vergleich, dass 2019 eine Milliarde Kinotickets in den USA und Kanada verkauft wurden und das sind siebenmal so viele Tickets wie die Gesamtbesucherzahlen aller professionellen Sportveranstaltungen, also MLB, NFL, NBA, NHL und MLS. Also Baseball, Football, Basketball, Hockey und Fußball. Fand ich beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich mich definitiv verschätzt. Aber natürlich muss man auf diese Werte auch wieder kommen. Auf die eine Milliarde Kinotickets sieht ja vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Mal schauen. Vielleicht erreichen wir das bald wieder. Wie manche wissen, habe ich ein Online-Zertifikat erhalten als zertifizierter Adam Aaron Fanboy und diesmal war es jetzt aber eben andersrum. Ich habe mich gefreut, Adam Aaron hat ebenfalls sehr gleichlautend argumentiert, wie auch ich in einem vergangenen Video. Die sogenannte Konkurrenz oder in Anführungsstrichen Konkurrenz durch Streaming-Dienste hat er auch als eher Coexistenz zwischen Streaming und Kino beschrieben. Er hat eben auch nochmal betont, der Markt ist groß genug für mehrere Anbieter oder für unterschiedliche Ausspielweisen, sage ich mal. Und er hat auch nochmal ein paar Beispiele gebracht, dass eben auch die Leute noch ins Kino gegangen sind, obwohl Filme auch schon online im Streaming verfügbar waren. Eben einfach weil dieser Bedarf und der Hunger nach Unterhaltung und nach Filmen einfach so groß ist und von daher eben diese Coexistenz definitiv möglich ist. Ein großes Thema, das hat mich auch sehr gefreut, waren die Investitionen und auf die gehen wir jetzt im Weiteren näher ein. Vielleicht erinnert ihr euch beispielsweise an Artikel, die in den letzten Wochen, sage ich mal, wahrscheinlich war es schon ein, zwei Monate her, die mitgeteilt haben, dass die Kinobetreiber, ich meine, es waren 2,2 Milliarden, investieren wollen in das Kinogeschäft oder in den Ausbau der Kinos. Da gab es dann Artikel über Ziplines, Axtwerfen etc. Und ich war sehr froh zu hören, dass Adam Aaron hier einen anderen Fokus hat und ich habe es damals schon ein bisschen in Hanebüchen gefunden, das Ganze, weil man muss ja auch, finde ich, von sich selber ausgehen und klar, da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber man geht ins Kino, um einen Film zu sehen. Geht dann vielleicht noch was trinken, was essen, aber ich will dann ja nicht klettern oder eine Zipline machen oder ähnliches. Hätte ich keine gute Idee gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es so gekommen wäre. Natürlich gibt es da immer so ein bisschen Synergieeffekte und ähnliches, aber ansonsten muss es ja schon so ungefähr passen vom Aktivitätslevel und so weiter. Also ich wäre da echt nicht begeistert gewesen, muss ich sagen. Umso mehr war ich begeistert, dass er ebenfalls so denkt, wie viele von uns und auch wie ich. Der Fokus liegt eindeutig auf Qualität und da schauen wir auch nochmal auf die einzelnen Punkte. Ein Punkt, natürlich, wie soll man sagen, wie man sich bettet, so liegt man, heißt es ja immer und genauso geht es natürlich da auch um das Sitzen, würde ich mal sagen. Die Beinfreiheit wird ausgebaut und auch die Premium-Sitze werden weiter erneuert, ausgetauscht und so weiter und das ist eben genau das, was man im Kino haben will. Man will bequem sitzen, man will sich zurücklehnen oder hier wie in einem Dine-In dann eben auch ein schönes Brettchen haben, auf dem man entsprechend essen kann. Es gibt auch hier diese Dolby-Sitze, die sehen natürlich auch sehr schick aus, insbesondere im Vergleich zu diesen Modellen, vielleicht aber gut, ist alles Geschmackssache. Auf jeden Fall werden eben diese neuen Sitzgelegenheiten weiter verbessert, weiter ausgebaut, kostet natürlich entsprechend Geld. Genauso wie die Soundsysteme, auch hier wurde eben einfach nochmal darauf hingewiesen, dass einfach ein besseres Sounderlebnis im Kino sein muss, als beispielsweise im Heimkino, denn das ist einfach der Fokus. Man braucht diesen Unterschied, um ins Kino zu gehen. Nicht nur die Ohren machen da natürlich mit, sondern auch die Augen und wie wir auch wissen und auch schon mal besprochen haben, investiert AMC da auch sehr viel in die Laserprojektoren. Wie schon mal erwähnt, sind das die Synionic Laserprojektoren und die sollen eben auf alle ca. 7500 Leinwände dann ausgebaut werden. Das Ganze kostet anscheinend ca. 500 Millionen Dollar, um das anzugehen. Aber klar, die Bildqualität ist besser, die Helligkeit ist besser, die Bilder werden schärfer und klarer und im Kino läuft eben über Sound und Bild alles. Zum Bild gehört dann natürlich auch noch die Leinwand, die PLF-Screens, die ja doch auch, wie wir wissen, viel besser gebucht werden und dadurch auch mehr Umsatz abwerfen. Also sind Leinwände wie von IMAX oder Dolby Cinema, aber es gibt auch noch dieses AMC-Eigenprodukt von diesen Premium Large Format Screens, wofür eben PLF auch steht. Und derzeit hat AMC ca. 423 PLFs in den USA und in den nächsten drei Jahren soll das Ganze eben auf 700 Leinwände in diesen Formaten ausgebaut werden. Achso, so eine Leinwand kostet offenbar ca. 2 Millionen Dollar. Aber es findet ja nicht alles nur im Kinosaal statt, sondern auch vor den Kinosälen. Zudem möchte man natürlich auch gut hydriert sein bei einem Film und wer die Freestyle-Automaten noch nicht kennt, hier seien sie mal eingeblendet von Coca-Cola. Da wurde jetzt auch dann nochmal darauf eingegangen, dass AMC da mittlerweile wohl in allen Kinos diese Freestyle-Automaten hat. Das heißt, da kann man sich selber bedienen, seine eigene Sorte zusammenmischen. Es sind wohl insgesamt ca. 140 Geschmacksrichtungen möglich, wenn ich da richtig aufgepasst habe. und ich hatte die auch schon probiert. Man kann seinen Standard rauslassen, man kann aber auch mal experimentieren und ist natürlich auch nochmal ein Anreiz. Klar, 100 Millionen Dollar sind viel, aber das Kassenpersonal wird ja auch entlastet, weil die selber nicht abfüllen müssen und so eine Befüllung von einem Getränk dauert ja auch immer etwas. Es vereinfacht dann eben einfach das Arbeiten vom Kassenpersonal. Die Besucherströme können vermutlich schneller abgearbeitet werden. Wenn es nur zwei Automaten hier gibt, würde es sich da wahrscheinlich ein bisschen stapeln. Aber wie man hier sieht, gibt es auch mehrere Automaten. Eventuell sind da auf der linken Seite auch nochmal. Also da nicht wundern, es werden schon entsprechend viele Automaten da sein. Ist auch nochmal ein Grund, dass man einfach sagt, okay, ich habe mir da mein eigenes Getränk zusammengestellt und das bekomme ich eben beispielsweise im Kino. Dann hat man da auch nochmal einen Anreiz, da hinzugehen. Und von daher war das auch eine Investition, die sich hoffentlich gelohnt hat oder eben lohnen wird. Falls ihr solche Automaten kennt, schon probiert habt und da einen guten Tipp oder einen leckeren Tipp habt, schreibt es gerne in die Kommentare, was man sich da zusammenstellen kann, was wirklich lecker ist. Weil ich muss sagen, ich habe auch schon Kombis probiert, die waren wirklich interessant, sagen wir es mal so. Also wie gesagt, eure Tipps dazu, zu einer geilen Geschmacksrichtung, gerne in die Kommentare. Investitionen. Als ich das Interview so gehört habe, ging es mir auch darum oder wollte ich wissen, wie viel wurde denn investiert, wie viel soll noch investiert werden. Es gibt da zum einen die Möglichkeit, das Ganze zusammenzufassen aus den Aussagen, die getroffen wurden. Adam Merrill hat sich später auch nochmal geändert mit Schätzungen, die da aufgerufen werden. Bisher, wie gesagt, aus allen Angaben, die man aus dem Interview entnehmen kann, dürfte es sich um circa 1,07 Milliarden Dollar handeln, die bisher in diese PLF-Screens, Laserprojektoren und diese Getränkeautomaten investiert wurden. und kommend sind es zum Glück weniger, nicht noch ein größerer Batzen, noch circa 929 Millionen, die man sich so ausrechnen kann. Davon entfallen 554 Millionen auf die Premium Large Format Screens und 365 Millionen auf die Laserprojektoren, wobei eventuell wird da auch mit Leasing gearbeitet oder ähnliches. Das wäre genau so eine Möglichkeit, gerade bei den Projektoren Mitwartungen und so weiter ist das vielleicht da auch so eine Sache, dass man die nicht selber kauft, sondern eher liest oder ähnliches. Aber natürlich sind es immer Investitionen, die abgeschrieben werden müssen und so weiter und so fort. Zudem, wie erwähnt, gab es dann eben noch diesen Hinweis, wo er, wir hatten vorhin diesen Artikeln mit den Zip Lines und so weiter, mit den 2,2 Milliarden, die ins Kino-Business investiert werden sollen. AMC hat da eine Schätzung quasi abgegeben an die National Association of Theater Owners und die Schätzung, die AMC abgegeben hat für ihre Investitionen lag damals bei 500 Millionen Dollar. Die neuesten Schätzung von AMC oder die Internetprognose sieht aber mittlerweile eine Investition von 600 Millionen Dollar innerhalb der nächsten drei Jahren vor. Prinzipiell hofft AMC aber sogar 750 Millionen Dollar investieren zu können. ist ein bisschen eine Diskrepanz, aber jetzt kann man ganz grob abschätzen, was da eben die nächsten drei Jahre noch reinfließen wird. Sowas ist dann aber oftmals in den OPEX-Zahlen enthalten, die wir dann auch in den Quartalszahlen oder Jahreszahlen bei AMC sehen und auch da könnte man dann vielleicht ein bisschen sehen, wann ein bisschen mehr investiert wurde, wann ein bisschen weniger investiert wurde. Ansonsten heruntergebrochen übrigens diese Zahl hier oben, diese 929 Millionen Dollar würden also knapp 310 Millionen Dollar pro Jahr entsprechen oder wer da gerne eine Rechnung aufstellen will, 77,5 Millionen Dollar pro Quartal. Warum ich das übrigens auch so wichtig finde, dass man sowas sich nochmal vor Augen hält, ist, weil sich ja manche tatsächlich fragen, ja was macht denn AMC mit dem ganzen Geld, das verdient wird oder das durch solche Aktienverkäufe generiert wird, wenn die nur eine bestimmte Anzahl an Schulden zurückzahlen, dahin fließt das Geld, nicht nur in den Zahltag von Adam Aaron und vom Board of Directors, sondern eben wie gesagt hier eine Milliarde Dollar dort zukünftig nochmal keine Ahnung 500 bis eine Milliarde in den kommenden Jahren in das Kerngeschäft, das eben wichtig ist, dass das Geschäft auch läuft, weil ansonsten geht man eben vielleicht zu einer anderen Kinokette, wo der Boden klebt, wo die Sitze nur mäßig sind, wo man vielleicht nur acht Sorten von Getränken hat oder eben einen beknackten Projektor hat oder eben auch eine kleinere Leinwand und wer eben beispielsweise, ich kann es immer nur erwähnen, Dune 2 in einem IMAX Kino gesehen hat, der weiß, wovon man da spricht und das ist eben einfach ein Grund ins Kino zu gehen und genau das ist wichtig für AMC jetzt und die nächsten Jahre. Um das Video thematisch abzurunden, denn ich denke, es passt ganz gut, weil wir uns ja auch heute wieder über die Schuldenthematik unterhalten haben, wir haben noch den Tweet von Adam Aaron vom 21. September, indem er uns wissen ließ, dass durch die Leitzinssenkung um 50 Basispunkte, also anders gesagt 0,5%, AMC circa 10 Millionen Dollar pro Jahr an Zinsen einsparen wird und im weiteren Zinsumfeld, wenn es weiter sinkt, summiert sich das natürlich weiter überrascht, dürfte davon kein aufmerksamer Zuschauer gewesen sein, denn wir hatten es ja hier auch schon ausgerechnet, damals hatte ich exemplarisch eine Zinssenkung von 1% beim SOFA genommen und damals kamen wir eben auf die 20 Millionen und ja, jetzt ist er eben von ungefähr 5,3 auf knapp 4,8 runtergegangen, dieser SOFA Zinssatz und dadurch spart sich AMC für die 1,2 Milliarden Termloan Schulden, die 2029 fällig sein dürften eben 10 Millionen Dollar pro Jahr. Wie gesagt, wenn sich das Ganze noch weiter so entwickelt, gehen diese Zinsbelastungen eben immer weiter runter und ist natürlich ja, mehr oder weniger geschenktes Geld für AMC, das das Balance Sheet natürlich auch nicht mehr so belastet dann und der Weg in die Profitabilität sollte dadurch weiter geebnet werden. Darum ist auf jeden Fall für AMC das sinkende Zinsumfeld definitiv positiv zu bewerten. Ein Fazit noch zum Interview selber oder eine persönliche Meinung. Ich finde das Interview sehr interessant, habe es mir auch dreimal glaube ich angehört, zumindest im Gesamten und dann eben gerade so die einzelnen Parts wie um die 5,66 Dollar dann doch noch etwas öfters unter anderem um euch dann möglichst sie sind nicht perfekt, aber möglichst akkurate Untertitel zu generieren und zu erstellen. Da musste ich mich auch erst ein bisschen einarbeiten und wenn mal wieder sowas kommt, dann weiß ich ungefähr wie es funktioniert. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, ich habe gedacht heutzutage mit KI und mit was weiß ich, den ganzen Möglichkeiten, wo man so hat, ist das innerhalb von ein paar Minuten erledigt, aber entweder ist die Übersetzung dann Krütze, weil es geht ja nicht nur um die muttersprachlichen Untertitel, sondern dann eben auch noch um eine entsprechende Übersetzung und dann auch noch so, dass sie verständlich ist und darum war es mir wichtig, eben gerade diesen aus meiner Sicht interessanten und wichtigen Part mit der Umwandlung nochmal so darzustellen. Ich hoffe, das war für euch entsprechend hilfreich. Adam Aaron würde ich als Interviewpartner da als authentisch relativ interessant, ich meine es ist ein Fachpublikum mehr oder weniger, also die würde es dann auch schon interessiert haben, uns wahrscheinlich sowieso, auch wenn wir vieles schon wussten, manche Dinge aber auch nicht, wie wir festgestellt haben, zumindest ich nicht, wie auch immer. Zudem hat er für den einen oder anderen Lacher gesorgt, natürlich war es keine Comedy-Veranstaltung, aber wie gesagt, es war dann doch auch der Humor-Anteil dabei, am besten fand ich einfach diesen Seitenheb gegen Variety, den wir uns vorhin auch anhören durften, aber war noch so andere kleine Dinge dabei, wo man dann auch mal schmunzeln konnte. Und damit wäre es das auch mit diesem Video, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, jetzt schon mal danke für eure Kommentare, gegebenenfalls eure Unterstützung, Ansonsten in diesem Sinne auch noch mal herzlichen Dank an alle Unterstützer, an alle Kommentarschreiber, es freut mich immer wieder euch zu lesen, gerade die wirklich bei nahezu jedem Video mit dabei sind und ich weiß, wie anstrengend das ist, auch teilweise, da immer wieder seinen Kommentar drunter zu packen, man überlegt sich vielleicht immer, was schreibe ich denn jetzt? Macht euch da nicht so großen Kopf, wenn ihr mal keinen Bock habt, ist es auch nicht schlimm, wenn ihr da keinen Kommentar hinterlasst. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, gerne bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Restsonntag. Bis dann!